So, sieht das soweit gut aus, dass er die Fäden heute ziehen kann. Wie hat es sich denn direkt nach dem Eingriff, nach der Entfernung angefühlt? Ich habe gar nichts gemerkt. Also selbst als die Betäubung rausgegangen ist, keine Schmerzen, kein Ziehen, gar nichts. Das ist so, als ob gar nichts gewesen ist. So, da müssen wir jetzt feine Fädchen überhaupt erstmal zu packen kriegen. Das spüren sie wahrscheinlich auch nicht. Zieht mir an den Haaren. Wie lange müssen denn diese oberflächlichen Fäden in der Haut bleiben und warum? Also, die dienen zur Adaptation der Haut- und Wundränder und je nach Lokalisation im Gesicht sind es fünf bis sieben Tage, am Körper je nach Wundspannung zehn bis 14 Tage. So, die Fäden sind gezogen. Und das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut verheilt aus. Jetzt sieht man noch so ein bisschen, drückt sich der Faden noch ein. Das hebt sich aber alles wieder und auch die kleinen Stellen sozusagen, wo der Faden durch die Haut durchstößt, das verfließt sich so innerhalb der nächsten Stunde. Und dann sieht man immer weniger. Und dann Lichtschutz oder erst, wenn es komplett geheilt ist? Lichtschutz macht man eigentlich ab sofort. Wenn man jetzt rausgeht, wenn man entweder ein kleines Pflaster oder halt normalen Lichtschutz Faktor 50. So, jetzt dürfen Sie das erste Mal schauen, wie es aussieht ohne das Hautmal. Sehr schön. Es ist weg. Wie fühlt sich das an? Sehr schön. Ich bin total begeistert. Ich hätte gar nicht so lange warten müssen. Sehr schön.